Hi Leute, ich mache ein Video für den Kanal von Niki, Baschstrasse, also ich mache jetzt mal kein Auto, ich bin bei der Allgut, die machen es ganz schön, jetzt wird das Auto erstmal schön eingeseift, vorwäschung habe ich schon hinter mir, wenn Niki noch irgendwo da ist, dann kann ich noch ein etwas längeres Video machen, jetzt bin ich natürlich allein, muss ich aufpassen, bis ich auch nicht zu spät rausfahre, aber so in etwa sieht es kalt aus, ganz schön laut. Sofern war ein Zeitpunkt, an der Bisschen. So, bei mir steht schon mal ein Auto, jetzt wird es gespült gescheit, das was da piept, das ist mein Parkautomatik, die meldet mir, dass es eine Störung gibt, so schön von ihr, die macht schon ihr Job. So, das Auto vor mir ist schon mal beim Abtrocknen, ich steuere jetzt auch das Abtrocknen zu. So, jetzt ist es bei mir auch ganz schön in der Luft, alles weg gemacht und dann geht es auch für mich aufs Abtrocknen und dann aufs Rausfahren, ja. So, so auf Kilo, jetzt bin ich schon wieder, ich bin ich schon wieder, ich bin ich jetzt wieder, ich bin ich jetzt gerade.